Hallo und herzlich willkommen liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager hier zur Serie über die Rekrutierung, über Social-Media-Kanäle, über den Facebook-Chatbot oder ähnliches, wo wir Menschen wie mit einem Flyer einfach darauf aufmerksam machen, dass es unsere Marke gibt und sie vielleicht die Idee bekommen, dass eine Franchise-Partnerschaft mit genau dieser Marke für sie Sinn machen könnte, ohne dass sie es vorher geahnt haben. Und in der letzten Sequenz haben wir uns angeschaut, was eigentlich der Unterschied ist, wenn ein Lead über so einen Social-Media-Kanal und ein Chatbot daherkommt oder über eine eigene Website oder das Franchise-Portal, wo da die Unterschiede liegen und heute versetzen wir uns wie angekündigt in einen Lead hier, in eine Person und diese Person, in die versetzen wir uns hinein und die hat fünf Bewusstseinsstufen, in der sie sich gerade befinden kann. Und diese fünf Bewusstseinsstufen, die beeinflussen natürlich, welches Bild ich gerade vor Augen habe, wonach ich suche, ist totale Lehre in mir, wenn es um Thema Franchise und Co. geht, aber ich habe in irgendeine Resonanz gegangen, bis hin zu, ich weiß schon genau, was ich will. Und da habe ich den Digitalexperten und auch Franchise-Kenner und Funnelexperten für die digitale Rekrutierung Philipp Epping gewonnen und er war so nett, uns im Vorfeld ein Video vorzubereiten über die fünf Bewusstseinsstufen. Und genau da wollen wir jetzt einmal reinschauen. Philipp Epping hier von Digital X Results und in diesem Video werden wir uns den Push-Kanal anschauen und ganz konkret in Bezug darauf die fünf verschiedenen Bewusstseinsstufen, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ich immer wieder sehe, dass Franchise-Systeme dort eben den Fehler begehen, auf allen Kanälen gleich zu kommunizieren, beziehungsweise nicht zu berücksichtigen, woher die Leads schlussendlich kamen und dadurch eben kostbare Kontakte verlieren, für die sie im schlimmsten Fall sogar auch schon Geld bezahlt haben. Und deshalb wollen wir uns eben hier in diesem Video diese fünf Bewusstseinsstufen angucken. Bevor wir da rein eintauchen, einmal kurz die drei wichtigsten Fragen, die du, die ihr euch im Marketing stellen solltet, sind einmal die Frage des Verlangens. Ja, was ist das tiefliegende Bedürfnis, welches initial für den Erfolg des Marktes verantwortlich ist? Dann ist eben das zweite, wo wir uns jetzt in diesem Video mit beschäftigen, das Bewusstseinslevel. Ja, wie viel weiß oder versteht dein Traumkunde, der Traum-Franchise-Partner über den Mehrwert der Möglichkeit, den ihr mit eurem System bietet. Und dann haben wir schlussendlich noch die Marktdurchdringung, wie viele Wettbewerber existieren im Markt, die ebenfalls um die Aufmerksamkeit meiner potenziellen Interessenten ringen. Ja, das jetzt einmal nur so ein bisschen für den Kontext, damit du weißt, wo wir uns jetzt hier gerade bewegen. Ja, das Verlangen und Marktdurchdringung gehen wir jetzt nicht rein, aber in diesem Video eben ganz explizit die verschiedenen Bewusstseinslevel. Ja, es gibt fünf Bewusstseinslevel, in die wir unterscheiden können. Und zwar haben wir von links nach rechts einmal links die ganz kaufbewussten. Ja, das sind die Interessenten, die Partner, die wissen, was sie wollen, was das Produkt macht und wissen schon, dass sie es nachher haben wollen, beziehungsweise, dass sie auch das Franchise eröffnen wollen. Wir gucken uns auch nachher noch ein Franchise-Beispiel an. Dann die nächste Stufe ist das Produktbewusstsein. Ja, da kennt der Interessent das Produkt, aber ist noch nicht vollends überzeugt. Dann haben wir das Ergebnisbewusstsein. Der Interessent weiß, was für ein Ergebnis er haben möchte, aber noch nicht, wie das Ganze für ihn möglich ist. Dann das Problembewusstsein. Ja, der kennt das Problem, weiß noch gar nicht, dass er ein anderes Ergebnis haben will, kann eben nur das Problem festmachen und dann die letzte Stufe ist völlig unbewusst. Ja, und du siehst jetzt hier diesen roten Pfeil von links nach rechts, der symbolisiert oder zeigt jetzt einfach nur hier die direkte Bereitschaft zum Kauf. Ja, jemand, der sehr kaufbewusst ist, der wird halt wahrscheinlicher kaufen als jemand, der völlig unbewusst ist. Trotzdem ist es eben sehr wertvoll, wenn wir hier diese Bewusstseinsstufen kennen, dass wir uns schon tendenziell hier auf die rechte Seite fokussieren, weil nach rechts wird der Markt natürlich größer. Ja, die ganz kaufbewussten, da stürzt sich der ganze Markt drauf. Da gibt es den meisten Wettbewerb und wenn du jetzt weißt, wie du die Leute eben hier in diesem Prozess richtig abholst und aufwärmst, dann kannst du eben hiervon sehr stark profitieren. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal ganz konkret an einem Beispiel der Mundhygiene an, ehe wir das nachher in den Franchise-Kontext übertragen. Und ich habe jetzt hier mal ein paar Werbeanzeigen mitgebracht. Ja, für die erste Stufe kaufbewusst habe ich hier so einen Ausschnitt aus so einer Werbebroschüre für Zahnpasta Colgate Complete. Ja, Toppreis. Sie sparen 19%. Ja, das ist für jemanden, der bereits Zahnpasta kennt offensichtlich, der aber auch schon vielleicht Colgate sowieso immer kauft. Ja, für den ist das jetzt hier ein super Kaufanreiz, dass er sagt, oh, jetzt gibt es das hier günstiger, jetzt werde ich mal in diesen Laden gehen und mir die Zahnpasta kaufen. Ja, das heißt, wir nutzen hier Preisträger und den Produktnamen im Marketing ist die einfachste Art des Marketings. Wie gesagt, aber auch hier der meiste Wettbewerb. Die nächste Stufe ist das Produktbewusstsein. Ja, das, wir erinnern uns, der Interessent kennt das Produkt, ist aber noch nicht vollkommen überzeugt. Und was wir hier im Marketing machen, ist das sogenannte schneller, höher, weiter Marketing. Ja, wir wollen das Verlangen stärken, den Nutzen festigen, Beweise bringen und einen neuen Mechanismus hinzufügen. Und das ist jetzt hier in dem Falle Blendermed, Testsieger, der starke Sieger, Stiftung Warentest bestätigt. Also hier geht es wirklich um, ja, das ist die beste Zahnpasta, schneller, höher, weiter. Das also hier Beispiel für eine produktbewusste Werbeanzeige. Jetzt kommen wir in Richtung ergebnisbewusst. Ja, wir haben jetzt hier, bring den Raum zum Strahlen mit deinem Lächeln. Und hier wird eben das tiefliegende Verlangen identifiziert und dargestellt. Und eben auch Beweise für das Ergebnis mit hinzugefügt und das Ganze verknüpft mit dem Produkt. Das heißt, wir sehen jetzt hier auf dieser Werbeanzeige, sehen wir nicht mal, ganz konkret irgendwie eine Zahnpasta. Wir sehen nur das Ergebnis. Bring den Raum zum Strahlen mit deinem Lächeln. Ja, das ist das Ergebnis. Und wir sehen jetzt hier diesen Zahnpasta Man, ja, der aussieht wie eine Zahnpastatube. Und wir haben hier dieses, ähm, äh, dieses, äh, Colgate, die drei Farben mit Rot, Weiß, Blau. Ja, also ich weiß, dass es um Zahnpasta geht. Ähm, und das ist eben hier eine schöne Werbeanzeige für jemand, der ergebnisbewusst ist. So, und jetzt gehen wir in die nächste Stufe, nämlich das Problembewusstsein. Ähm, und hier haben wir Mundgeruch, muss nicht sein, jetzt zur, ähm, Halttosis, Sprechstunde. Und, ähm, hier wollen wir eben, ähm, das Problem identifizieren, ja, also das Problem direkt adressieren, nämlich hier in dem Falle Mundgeruch, ähm, und dann eben, ähm, ja, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eine Lösung gibt, um diesem Problem zu entfliehen, nämlich hier die, ähm, Halitosis, Sprechstunde, die dem Mundgeruch entgegenwirkt. Und jetzt kommen wir zur letzten Stufe, und das ist eigentlich ein sehr prominentes Beispiel aus der, ähm, aus der Marketingwelt, aus dem Bereich des Copywritings, der Verkaufstexte, ähm, nämlich für die Stufe des völlig unbewussten Käufers. Und, ähm, du musst jetzt hier gar nicht alles im Detail durchlesen, aber wir sehen hier diese verzweifelte Brautjungfer, oben drüber die Überschrift, oft eine Bridesmaid, never a bride, ähm, und dann wird in dieser Werbeanzeige eben genau dieses, dieser komplett unbewusste, beziehungsweise der bewusste Schmerz, hey, du bist nie eine Brautjungfer gewesen, wird aufgegriffen und, ähm, im Prinzip wird dann nachher die Brücke dahin gebaut, ja, dass diese Person eine Brautjungfer ist, weil sie keinen Mann findet, weil sie eben, ähm, Mundgeruch hat und es selber nicht merkt, ja, und du siehst jetzt hier auch ganz unten in der Werbeanzeige, das ist tatsächlich eine Werbeanzeige damals aus den älteren Zeiten von Listerine. Ja, also ein, ähm, Mundspülmittel, das eben Mundgeruch entgegenwirken soll, das hier ein super Beispiel für jemand, der in einem völlig unbewussten Bewusstseinszustand ist, ja, und wichtig ist hier, Preis und Produkt und Ergebnis funktioniert nicht, weil ich kann damit nichts anfangen und es geht primär darum, ähm, über die Schiene der Identifikation zu arbeiten, mit Werten zu arbeiten, ähm, und das Echo von bestehenden Emotionen hier in der Werbeanzeige, ähm, ähm, abzubilden und oft sind diese Emotionen wirklich so vage, dass man sie kaum greifen kann, ähm, aber wenn man es dann eben schafft, ist das, ja, so die Königsklasse, äh, im Marketing, Leute eben von dieser völlig unbewussten Stufe zum bewussten, ähm, Bereich zu bringen. So, und warum ist das jetzt für uns, für den Pushkanal so wichtig? Weil die Ansprache sich eben komplett unterscheidet, je nachdem, in welcher Bewusstseinsstufe ich den Interessenten abhole. Es macht einen Riesenunterschied, ob die Person durch ein Chatbot kommt oder ob sie proaktiv auf die, ähm, Seite eures Franchises gegangen ist und sich dort die Informationen geholt hat oder ob sie auch zum Beispiel über das Franchise, ähm, Portal gekommen ist und, ähm, sich dort eingetragen hat, ja. Das heißt, ähm, die, die Bewusstseinsstufe ist eine komplett andere. Jemand, der über einen Pushkanal kommt, der ist vielleicht gerade am, ähm, scrollen auf Social Media. Jemand, der, äh, ja, sich einträgt auf einer Seite, sucht vielleicht gerade proaktiv nach Franchise-Möglichkeiten. Wie sieht das ganz konkret im Franchise aus? Ähm, die fünf Stufen ganz kurz, ähm, die kaufbewusste Stufe wäre jetzt hier, ja, ein Freund hat mir alles über sein McDonald's-Franchise erzählt, ich habe das Geld und ich werde einen Standort eröffnen und jetzt gucke ich, wie ich das Ganze möglich machen kann, ja. Das ist natürlich der Traumkunde, am einfachsten zu verkaufen in der Expansion, aber, ähm, ja, eben halt nicht gang und gäbe. Dann das nächste ist, ähm, das nächste wäre hier das Produktbewusstsein, ja, ich möchte ein Fast-Food-Franchise eröffnen, bin mir aber noch nicht sicher, ob ich mich für McDonald's, Burger King oder Subway entscheiden soll. Ja, das heißt, die Person weiß, sie möchte im Gastronomie-Sektor unterwegs sein, ähm, und möchte auch eine große Franchise-Kette, ähm, eröffnen, aber will eben noch vergleichen, ja, und hier würde ich eher über Vergleiche arbeiten, ähm, und, ähm, ja, der Person nicht das Franchise verkaufen, ähm, beziehungsweise die Idee des Franchises, sondern wirklich hier, äh, auf Unterschiede eingehen, weshalb euer System das ideale System ist. Dann die nächste Stufe ist ergebnisbewusst, ja, ich möchte mein eigener Chef, äh, sein und verdienen, was ich wert bin, ähm, ähm, das ist so dieses, äh, ja, der klassische, Unternehmertyp, ähm, was ich immer wieder höre, ist, ähm, hier in dieser ergebnisbewussten Stufe, ja, Leute, die gründen wollen, die sich selbstständig machen wollen, die ihr eigener Boss sein wollen, die ihr eigener Chef sein wollen, die was Eigenes aufbauen wollen, die ihren Traum aufbauen wollen, das ist hier so diese Stufe der Kommunikation, wo wir eben auch ganz viel dieses, ähm, Bild aufmalen des Ergebnisses. Dann im Franchise-Kontext wäre problembewusst, ich bin mir satt, nine-to-five zu arbeiten und frage mich jeden Tag, wofür ich das eigentlich tue. Ich bin genervt von meinen Vorgesetzten, ich bin genervt von den Zielen, die ich im Unternehmen erreichen muss, äh, ich bin genervt von dem Druck, den ich, ähm, ähm, von meinen, ähm, von meinem Teamleiter bekomme, ich habe auch keine Lust auf meine, äh, meine Teammitglieder, ja, das wäre jetzt von jemandem in einem Konzern vielleicht genau das Problembewusstsein, wo ich eben auch hier den Interessenten abholen kann. Und du siehst auch hier, wenn ich den hier schon abholen kann, dann sorge ich eben dafür, dass ich von Anfang an der direkte Ansprechpartner bin und umgehe auch so ein bisschen hier direkt die Vergleichbarkeit. Wenn ich ihn beim Problem abhole und dann eben die Brücke baue zur Lösung, dann wird er sich sehr wahrscheinlich nicht so breit informieren, wie als wenn er jetzt in einer der bewussteren Stufe ist. Dann völlig unbewusst ist so ein bisschen schwer zu greifen. Ich habe jetzt hier mal reingebracht, nach fünf Tagen freue ich mich schon wieder sehr aufs Wochenende. Oder das könnte sein wie, ja, mein Job ist ganz in Ordnung, ist halt ein sicherer Job. Ja, also vielleicht auch gar nicht eine Unzufriedenheit, sondern einfach so dieses, naja, ich nehme das als Gott gegeben hin, dass das so ist, dass ich einen sicheren Job habe und ich arbeite halt fünf Tage und gehe am Wochenende, ja, am Wochenende mache ich dann, was ich gerne mache und das ist so in Ordnung für mich. Ja, und das wäre jetzt hier die völlig unbewusste Stufe und du kannst jetzt auch einfach mal schauen, wo holst du den Interessenten ab. Ja, gerade bei einem Push-Kanal ist diese Person tendenziell hier ergebnisbewusst, problembewusst, völlig unbewusst. Ja, das sind hier die Kanäle, wo ich die abhole und da muss ich eben auch auf dieser Ebene entsprechend kommunizieren. Und das soll es auch schon gewesen sein für dieses kurze Video, wo wir uns die Bewusstseinsstufen angeschaut haben und wie das Ganze im Push-Kanal zu integrieren ist. Ja, Philipp Epping, vielen Dank für diese Infos und diesen, ja, letztendlich Überblick über die fünf Bewusstseinsstufen und zwei kleine Ideen dazu, einfach nur zum Abschluss, also zum einen, Menschen können sich erst mit einer Sache beschäftigen, wenn sie ihnen überhaupt bewusst ist, wenn ihnen überhaupt klar ist, da ist etwas, wenn da die totale Leere ist, wenn hier einfach überhaupt gar nichts ist, dann können sie sich mit dieser Sache auch nicht beschäftigen. Und das führt zum zweiten Rückschluss, dass letztendlich es Menschen gibt, es gibt hier User, die kriegen wir über die klassischen Kanäle, wie Website oder auch dem Franchise-Portal, kriegen wir die überhaupt nicht rekrutiert. Wir kriegen die gar nicht gewonnen, weil damit sie sich auf Website und Franchise-Portal bewegen, müssen sie sich irgendwo hier unten beschäftigen, in den unteren Bewusstseinsstufen und wir kriegen die vorne gar nicht, ja, überhaupt angesprochen erreicht. Dafür ist zum Beispiel der Facebook-Chatbot zur Partnergewinnung da, dass wir dort einfach einen kleinen Hinweis geben und genau darauf gehen wir in dem nächsten Video genauer ein. Wir nehmen das Fünf-Bewusstseins-Stufen-Modell und schauen einmal, was das dann bedeutet. Franchise-Portal gegenüber Social Media, Facebook-Chatbot. Ich danke euch, ich danke Philipp Epping für dieses Video, für die Infos und er kommt später noch einmal zu Wort und wünsche euch alles Gute bis zur nächsten Sequenz, zum nächsten Teil der Serie.